Hat Sie der Wetterbericht mal wieder wegen einer falschen Prognose im Regen stehen gelassen? Ja, damit ist jetzt Schluss. Die Profi-Wetterstation von FreeTech ermöglicht Prognosen und Trends mit bis zu 90%iger Trefferwahrscheinlichkeit für Ihr lokales Wetter. Der Aufbau der Wetterstation ist kinderleicht. Installieren Sie einfach die hochpräzisen Außensensoren an einer geeigneten Stelle am Haus. Die Wetterdaten werden dann drahtlos per Funk an die Basiseinheit übermittelt und sofort ausgewertet. Wenn Sie die Außensensoren an einem bestimmten Platz auf Ihrem Grundstück anbringen möchten, dann ist das überhaupt kein Problem. Das Funksignal zur Basisstation reicht bis zu 150 Meter weit. Auf dem großen LCD-Touchscreen erhalten Sie sofort einen Überblick über die aktuellen Wetterdaten, die Luftdruckentwicklung der letzten 12 Stunden und die errechnete Wettertendenz. Weitere Daten rufen Sie über den praktischen Touchscreen jederzeit im Handumdrehen ab. Mithilfe der Memory-Funktion können Sie sich ein Bild von Maximal- und Minimalwerten sowie des gefallenen Niederschlags während eines bestimmten Zeitraums machen oder auch eine Luftdruckhistorie erstellen. Bei der Windgeschwindigkeit können Sie in den Einstellungen zwischen verschiedenen Maßeinheiten wählen. Zur Verfügung stehen Meilen pro Stunde, Kilometer pro Stunde und die Beaufort-Skala zur Klassifizierung von Windgeschwindigkeiten. Die DCF-Funkuhr liefert Ihnen immer eine atomgenaue Zeit- und Datumsanzeige. Sie stellt sich selbstverständlich automatisch auf die entsprechende Sommer- oder Winterzeit ein. Für tiefergehende Analysen und Aufzeichnungen übertragen Sie die Daten per USB auf Ihren Computer. Die intelligente Software EasyWeather unterstützt Sie bei der Erstellung Ihres ganz persönlichen Wetterarchivs. Lokal gewonnene Daten ermöglichen Prognosen und Trends in ungeahnter Präzision für Ihren Wohnort. Verzichten Sie in Zukunft auf ungenaue Wettervorhersagen.